Yo, hallo und ja, herzlich willkommen zu einem Finde... Komm schon, ich, einem Special, was mich dazu bewegt, dass ich, wie gesagt, kein Text-Jap-Pack oder irgendwas nutze. Wie gesagt, ein kleines Special-Map habe ich mal gefunden, ist eine Speedrunner-Map, genau. Ich dachte mir so, ja, warum mal nicht. Bevor wir aber mit dem Speedrunner anfangen, von dem ich jetzt schon weiß, da werde ich sowas von ablosen, lesen uns doch erst mal das Ganze hier durch. Ich will die Map auf Zeit spielen? Nochmal kurz lesen. Re... Ah ja! Ne, das wird bei mir nicht wirklich... Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Ja! So, äh, die Schwierigkeit steigert sich in folgenden Farben. Grün, Orange, Rot, Schwarz, Dunkelrot, Blau, äh, Weiß. Gut, Anleitung, Singleplayer, normal, du musst durchrennen, falls du trotzdem mal stehen bleibst, musst du sofort wieder anfangen zu rennen. Solltest du wegen, wenn dann ist vom Weg abkommen, so musst du zur Position zurückfliegen, bei welcher du gefallen, hängen geblieben bist. Äh, Regeln für alle, es wird mit Sound gespielt, es wird im Creative Mode gespielt, es gibt Schiedverbot, es darf nicht zerstört werden, es darf nicht geschummelt werden, es wird auf Peaceful gespielt. Jetzt wichtig, es darf nicht abgekürzt sein, ich glaube nicht, dass das hier geht. Es darf Tag und Nacht gemacht werden für Safepoints, die Checkpoints sind nur im Survival-Mode, noterlich geskippt. Nun, Checkpoints. Es gelten die Regeln, nee, so nicht, ja. Anleitung, es wird durchgehend gerannt, du musst so viel Räume wie möglich schaffen, ohne ein einziges Mal aufhören zu rennen. Ausgenommen ist das Benutzen von Leitern, wenn ihr gut genug seid, könnt ihr ein Video mit eurem Run, äh, Run. Run machen. An den, äh, Blas schicken, derjenige, der den besten Skull zählt, wird ein Video vorgestellt und der Run wird gezeigt. Das Video muss durchlaufen, äh, laufen und darf nicht bearbeitet geschnitten werden. So, er zählt als Punkt, so breit, er vollständig abgeschlossen ist, äh, das erkennt ihr an den Schildern an der Linken. Nur wenn ihr wirklich keinmal aufhört zu rennen, also versucht an... Ich werde zwar keinen wirklichen richtigen Run machen... ...da fängt es doch jetzt schon an. Seht ihr? Ach! Neustart! Ich setze gleich echt einen Spawn und ich werde auch jetzt erstmal meine Klappe halten, damit ihr das auch sehen könnt. Bis dann gleich! 混 Anal, lar. Sch. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020